Es ist genau 0700 Uhr! Raus aus euren Kojen und greift euch in der Offiziersmesse poschierte Eier und Choco-Croissants! Okay, dieser Militärton passt einfach nicht zum reiche Leute-Futter. Ich muss dir was Witziges sagen. Wenn du Puppenhaare fönst, dann ist heiß einfach zu heiß. Oh, ach das macht doch nichts Süße. Nasen werden sowieso überbewertet. Frag mal, wollte man es? Nenn doch seinen Namen nicht! Guten Morgen, Jessie! Jetzt geht's ins Wochenende, Wochenende, Wochenende. Heute ist Montag. Och, weck mich am Samstag wieder. Hallo, gute Familie! Jetzt lernen wir etwas Neues. Oh Mann, was hast du denn da an? Das ist mein Schabani. Den trägt man nur zu ganz besonderen Anlässen. Mein Hauslehrer hat gesagt, ich kann jetzt auch zur Schule gehen, so wie Emma und Luke. Also welcher Tag wäre besser geeignet? Besser wäre die Premiere deiner Nachtclubshow in Las Vegas. Luke, das ist doch wirklich ein wunderhübscher, traditioneller indischer Schabupi. Schabani, sag ich doch! Bunny! Ich muss dir sagen, du siehst wirklich toll aus. Und ich weiß, Luke wird dir heute zur Seite stehen. Du passt gut auf ihn auf. Er geht bestimmt nicht verloren. Der sieht doch aus wie ein Verkehrshütchen mit Haaren. Jetzt geh dich endlich anziehen. Deine Lehrer schicken auch so schon genug Briefe, ohne dass du in Unterwäsche auftauchst. Na, wie gefallen dir meine Schuhe? Ich finde, sie sehen aus wie mittelalterliche Folterwerkzeuge. Aber total schick. Und meine Freundinnen werden sie auch bald tragen. Wie kommst du darauf? Weil ich damit einen Trend setze. Es ist meine Pflicht, sie in Modefragen zu erziehen. Du wirst diese Pflicht heute allerdings in Flachen schon erfüllen. Da kann ich nur lachen. Zieh dich endlich an! Oh, 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 oh Hey, just say It feels like a party every day Hey, just say Hey, just say But they keep on pulling me every which way Hey, just say Hey, just say My whole world is changing, turning around They got me going crazy at a shake in the ground But they took a chance on the new girl in town And I don't wanna let them down, down, down Hey, just say Hey, just say It feels like a party every day Hey, 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 just say Okay, erst hast du Geschichte, dann Mathe, dann Werken. Das Werken wird aber nicht von Handwerkern für dich übernommen. Das musste ich auch erst lernen. Danke, aber mach dir keine Sorgen. Ich kenn mich mit solchen Schuldingen aus. Feuer! Feuer! Hilfe! Ich muss meine neue Schule retten! Ah, wie die Schulglocke hat doch bloß geläutet. Das war nicht die Dummkopfglocke. Schon gut. Wie klingt denn die Dummkopfglocke? Weil ich nämlich vorbereitet sein möchte. Ich denke, du bist vorbereitet. Der Unterricht geht los. Jetzt schnell, schnell. Komm, 312 bitte. Ravi Karos. Nett, dich kennenzulernen. Hallöchen, mein lieber Mitschüler. Darf ich dir vielleicht ein Foto von meiner Exe zeigen? Ravi? Du solltest es ruhiger angehen. Ich möchte doch nur Freundschaften schließen, aber die scheinen mich alle gar nicht zu beachten. Doch, die beachten dich. Hör zu, ich bin in Eile und sag dir jetzt, was du tun sollst. Finde einen Hauptfreund, triff dann alle seine Freunde und bumm, du bist dabei. Oh, ich verstehe. Hallo, Freund. Ach, nein. Oh, ich würde wirklich gern dein Hauptfreund sein. Aber es ist hier in der Schule unerwünscht, dass sich Schüler unterschiedlicher Klassen miteinander anfreunden. Ich bin in der sechsten und du in der fünften. Das geht einfach nicht. Feuer? Unterricht? Oder Dummkopfglocke? Unterricht. Na los! Luke, der Devin Port ist wieder da und damit mein nervöser Juckreiz. Ich dachte, der war für eine Woche suspendiert. Ja, das war so geplant, aber die Lady an der Essensausgabe hatte Angst auszusagen. Okay, also beruhige dich und vermeide Blickkontakt. Alles klar. Etwas zu trinken wäre jetzt sehr gut. Gib das her! 45 Gramm Zucker? Soll ich im Unterricht anfangen zu zittern? Morgen, da bringst du mir Karottensaft mit. Und bring auch Ruhigwäldchen für dich mit. Dein Körper ist ein Tempel. Ich will ihn dir nicht gern einreißen. Hast du ihm in die Augen gesehen? Nein, ich hab nur seine Nasenlöcher angesehen. Die waren so aufgebläht. Und er hatte Popel in den Löchern. Warum können wir denn nicht mit Mams Kreditkarte eine neue Puppe für mich kaufen? Weil Dinge, die man sich erarbeitet hat, mehr Wert haben. Hältst du weinen etwa nicht für harte Arbeit? Ich musste vier Tage lang einen Wutanfall vortäuschen. Nach der Heulerei war ich zwei Pfund leichter. Das ist beeindruckend. Aber selbstgemachte Limonade zu verkaufen ist Tradition. Außerdem kann man sich damit sein Taschengeld ausbessern. Das kann auch ein Geldautomat. Können wir nicht lieber so einen Automaten bauen? Nein, du wirst dir das Geld für diese Puppe verdienen. Wie teher war sie eigentlich? 20, 30 Dollar? 200. Was? 250, wenn du sie noch anziehen willst. Dann ist sie ja besser angezogen als ich. Das hast du gesagt. Und nicht ich. So, na, wie gefällt's dir? Soll das da etwa meine Handschrift sein? Weil ich ganz genau weiß, warum ich meine E's schreibe. Die Leute kaufen bestimmt eher, weil es so niedlich aussieht. Da können sie doch auch gleich mich ansehen. Du hast recht. Wer könnte wohl Nein zu dir sagen? Nein, das ist Chesterfield. Limonade? Nein. Och, kommen Sie. Wie soll dieses kleine Mädchen denn sonst an Geld gelangen? Das gleiche tun wie ich. Reich heiraten. Okay, die Chesterfield können wir vergessen. Die trinkt nur Menschenblut. Oh, etwas Limonade, Officer. Heute ausnahmsweise zum halben Preis. Verschleuder den Discount doch nicht so willkürlich. Moment. Was ist das? Ach, ein Strafzettel, weil wir keine Standerlaubnis haben. Gut gemacht, Officer. Sie machen die Straße sicher vor Limonade. Vielleicht werden Sie befördert und landen bei der Waffeleis-Taskforce. Ja, kommt schon wieder. Schnell weg. Hi, Bruderherz. Nein. Was willst du denn hier? Ich bin hier, damit ich deine Clique kennenlerne. Ah, du weißt doch, die Klassen dürfen sich nicht mischen. Ja, in der Schule. Aber das ist nicht Schule. Warum ist denn der wie ein Marshmallow angezogen? Das trägt man zum Cricket-Spielen. Dravenfeuer-Peperoni gefällig? Die sind schärfer als Selina Gomez. Ich liebe dich, Go-Go. Fühl mich bitte keiner. Okay, dann nicht. Aber das Spiel geht über sechs Stunden. Also beklagt euch nicht, wenn ihr zwischendurch hungrig werdet. Und jetzt werde ich erst mal die Wickets einschlagen. Wickets? Crickets? Der hat sie doch nicht alle. Wo hast du denn den aufgetrieben? Ich kenne ihn gar nicht richtig. Er ist der Nachbar des Freundes des Cousins meines Vaters Hundes. Die Wickets sind fast alle drin. Oh nein, du hast einen Rasensprenger kaputt gemacht. Ganz toll, Luke. Der Nachbar des Freundes des Cousins deines Vaters Hundes hat unser Feld geflutet. Kommen wir ab, Jungs. Hallo, Jungs. Spielen wir jetzt erstmal eine Runde Verstecken? Ich befürchte, Sie wollen damit eher Außenseiter necken. Ich finde es hier sogar noch besser. Wir sind aus der Sonne, keine Abgase. Und Straftatel kriegen wir hier drin auch nicht. Hey, Emma. Rumpelst du? Nein, ich humple nicht. Das ist mein neuer Tanz. Gut, dass der Schulball erst in vier Jahren ist. Mach dir keine Sorgen, Suri. Die 200 Dollar haben wir in Nullkommanichts zusammen. Mit dem Straftatel 280. Ja, ich kann auch rechnen. Nach diesem Geschreizel habe ich das bezweifelt. Suri, schenk mir eine Doppelte ein. Ich ertränke jetzt meine Sorgen in Limonade. Ravi, du bist ja völlig durchnässt. Was ist passiert? Es gab ein Bewässerungsmissgeschick, als ich mit den anderen spielen wollte. Es ist nicht leicht, wenn man der Neue ist. Das musst du mir nicht erzählen. Ich war ein Militärbalg. Naja, ich war kein Balg. Ich war ein Goldstück. Soll das eine längere Geschichte werden? Weil ich mich durch dieses nasse Trikot allmählich Wunsch höre. Okay, der Punkt ist, die Erwachsene in mir sagt, bleib du selbst und alles wird gut. Aber der Teenager in mir weiß, dass man ganz schnell in Swirlyville landet, wenn man man selbst ist. Oh, Swirlyville. Das klingt nach einem magischen Ort. Da gibt es sicher Schokoladeneis für alle. Nein, Swirly ist eine Kopfwäsche im Klo. Und dann gibt es keine Streusel? Naja, manchmal. Du könntest dir ein Vorbild suchen und ihm nacheifern. Möglicherweise ist das gut. Danke, Jessie. Jetzt weiß ich genau, wie es für mich weitergeht. Tatsächlich? Oh, toll, denn ich habe nur improvisiert. Guten Abend, Mrs. Chesterfield. Irk. Ihr dürft in meinem Haus keine Limonade verkaufen, Bessie. Das ist vollkommen unangebracht. Hallo, Bertie. Wollen Sie etwas Sahne zu diesem Schlag? Ich liebe Schlagsahne, muss aber leider ablehnen. Sie kleiner Schlinge. Wieso seid ihr noch hier? Bitte, Mrs. Chesterfield, lassen Sie Suri Ihren Limonadenstand. Zerstören Sie doch nicht Ihre Hoffnungen. Na, wenn nicht ich, wer dann? Es ist für einen wirklich guten Zweck. Und der wäre? Ich brauche dringend eine neue Puppe. Hm, das klang längst nicht so egoistisch in meinen Gedanken. Seltsames kleines Mädchen. Lass dir das eine Lehre sein. Wenn dir das Leben Zitronen schenkt, mach keine Limonade draus. Und jetzt bring dein Gesöff woanders an den Mann. Diese Frau sollte nicht so viel Hassbrauser trinken. Wie geht's? Wie steht's? Alles gut dran, Kalkutter? Ravi, was soll denn das? Und warum trägst du meine Klamotten? Ich möchte nur meinem Vorbild nacheifern. Großes Brüderchen. Hip-Hop ohne Stopp. Schwung voll vorgetanzt. Ravi, Ravi, Ravi. Guck diesen Jungen nicht an. Du meinst den Hornochsen da mit dem Mädchenschnurrbart? Hat nicht gerade jemand Hornochse genannt? Hör mal, das war nur eine nette Floskel. Das war nur ein kleiner alberner Scherz, wie er unter Schülern üblich ist. Dafür dürft ihr mich heute alle zum Mittagessen einladen. Ist das etwa vorm Schinken, Kleiner? Nein, ich glaub, das ist Mortadella. Bitte tu mir nicht. Das brauche ich gar nicht. Die Nitrate zerstören dich schon von ganz allein. Ist rein biologisch. Ja, besser wär's. Hey Essenslady, Sie haben nichts gesehen. Vielen Dank, Ravi. Ich entschuldige mich aufrichtig, Bruder. Weißt du was? Brüder, können wir zu Hause sein. Aber wenn wir uns außerhalb sehen, dann möchte ich, dass du mich nicht kennst. Dann kann ich dir wohl jetzt nicht deine Unterhose wiedergeben? Hallo Schwester. Ravi, was machst du in meinem Schrank? Ich habe den Zorn eines muskelbepackten Schlägers erregt. Und Luke hat gesagt, wir sind in der Schule keine Brüder mehr. Ravi, das ist nicht in Ordnung. Wenn das so wäre, hätte ich Luke nämlich schon längst verstoßen. Entschuldige mich, mein Taxi ist da. Oh, nice, Jessie. Was tust du denn hier? Du hast dein Edgar Allan Poe Buch vergessen. Ich habe eine seiner Geschichten im Bus gelesen. So viele tote Bräute, das ist schon eigenartig. Also, was möchtest du mir sagen? Nichts, danke für das Buch. Wir sehen uns später. Emma, du bist 20 Zentimeter größer als heute Morgen. Also, würdest du bitte aus dem Beutel steigen und mir das erklären? Naja, die Sache ist... Luke hat zu Ravi gesagt, sie sind keine Brüder mehr. Was? Ich gehe jetzt. Hast du dir wehgetan? Luke, wage es ja nicht abzuhauen. Emma, du solltest diese Schuhe nicht in der Schule tragen. Los, her damit. Na, komm hoch. Okay, okay, du hattest recht. Ich musste auch schon dreimal zur Krankenschwester wegen der vielen Blasen und Prellungen. Du Ärmste. Und den Trend hat sowieso keiner mitgemacht. Ja, was sehe ich denn da? Sehr elegant, Schwester Nancy. Geben wir mal kurz über ihren Hosenanzug. Okay, jetzt kommen wir zu dir und Ravi. Hör zu. Man kehrt seiner Familie niemals den Rücken zu. Das gilt besonders für meine, weil alle bewaffnet sind. Aber Ravi hat mich blamiert. Und wie? Ach ja? Meinst du, mir ist das nicht peinlich, wenn mein Grandpa in seinen Pick-up-Songs von Katy Perry mitsingt? Oder wenn meine Tante Ruby so ein bauchfreies T-Shirt trägt, auf dem steht, sei nett zu Texanern, denkst du, das finde ich nicht auch grässlich. Wie geht's? In der Familie geht's immer um Loyalität. Okay, okay. Ich hab's verstanden. Gut. Das hat gewirkt. Und ich musste nicht mal Onkel Randy und seine seilspringenden Frettchen auffahren. Was geht ab, Leute? Hat einer von euch Ravi gesehen? Ja, vorhin ist er mal auf der Hausmeisterkarre mitgefahren. Wirklich, Luke. Der Kleine ist wälsamer als diese beiden Eierzwillinge. Hey. Welche klugen Sprüche bekomme ich heute zu hören? Wissenschaftler haben kürzlich subatomare Teilchen entdeckt, die sich schneller als mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Wodurch Einsteins Relativitätstheorie als bedroht angesehen werden kann. Zu klug. Meine Faust lässt dein Gebiss leicht bedroht aussehen. Warte. Ich war es, der über deinen Mädchenschnurrbart gelästert hat. Nein, das war ich. Ich sag dir doch, ich war es. Um unsere Stimme unterscheiden zu können, bist du eindeutig nicht klug genug. Und jetzt verprügel mich. Von mir aus gern. Ah! Nein! Lass mich dein Bruder ruhe! Ruhe! Und wenn ich das nicht tue, du Krümel? Dann lässt meine Faust dein Gebiss gleich ziemlich alt aussehen. Merkorn. Schmeckt sicher gut. Ah! Das brennt! Wasser! Ah! Wasser! Ravi, was war denn das für ein Sandwich? Nur Brot, Mayonnaise und indisches Rachenfeuerpeperoni. Die gehören zu den schärfsten Peperoni der Welt. Ah! Meine Zunge, sie schmilzt! Ja, ja, die haben diese Wirkung. Warte, bis die Körner erst reinhauen. Ah! Es brennt! Siehst du, jetzt hauen sie rein. Ah! Ah! Hm, was denn? Das war abgefahren, aber warum brennt es bei dir nicht, wenn du das isst? Da, wo ich herkomme, schlafen die Menschen auf Nagelbrettern und laufen über glühende Kohlen. Das hier ist gar nichts dagegen. Danke, Bruder. Tut mir leid, dass ich so ein Idiot war. Das warst du, aber ich verzeihe dir. Hey, willst du nicht mit uns ein bisschen abhängen? Danke sehr, aber ich bin leider schon verabredet. Vor dir steht der neu gewählte Sekretär des Reptilienclubs. Hey, das ist ja echt cool! Dieses garsticke kleine Kind hat uns als Geisel in einer Fahrstuhlsauna festgehalten. Da bist du also, Suri. Wieso ist das hier drin so heiß? Mit dem Heizofen lässt sich sehr gut Limonade verkaufen. Im Grunde ist das Erpressung. Aber ich habe 300 Dollar verdient. Wer sagt, Verbrechen zahlt sich nicht auf? Dann holen wir dir mal die Puppe. Das geht nicht. Wegen der Heizung, des Strafzettels und des super süßen Badeanzugs reicht das Geld immer noch nicht. Irrt. Eigenartiges kleines Kind. Ich sagte doch, kein Limonadenverkauf in diesem Gebäude. Ja, Ma'am. Ich weiß, das war falsch. Und um das wieder gut zu machen, verschenke ich diese Kekse hier. Ach was. Diese Bessie hat damit hoffentlich nichts zu tun. Nein, die sind nach Abis Geheimrezept. Eigentlich darf ich nicht. Ach was soll's. Ich war heute schon Powerwalken. Zu Falafel hat. Wags nicht mich zu verurteilen. Mein Arm schläft langsam ein. Wenn du darauf bestehst. Das sind Drachenfeuer-Schokokekse. Scharf. Scharf. So scharf. Schärfer als anders ein Koper. Ich brauche Wasser. Wasser hier ist er nicht. Was Sie brauchen, das ist Milch. Milch zu verkaufen, Milch zu verkaufen. Nur 10 Dollar pro Becher. Hey, ich glaube, ich habe viel zu viel Zeit mit Limonade verspenden. Hey, das sind meine Schuhe. Ach, keine Aufregung. Ich brauche sie mir nur, bis du 18 bist. Ich zeige dir mal, wie man darin geht. Schreib mit. Oh nein! Huh? Mal schauen. Ich kero Becher. Jeke! Hut.